Am Kopf. Alter, am Kopf. Aua, mein Hals. Mein Hals tut weh. Krass, krasser Typ. Warte, warte, hier. Warte, schnell. Ja, geil. Da fliegt sie. Ja. Ja. Schieben. Nein. Er ist mit weggegangen. Der ist so dick und knufflig. Ja, genau. Die Lampe. Clown. Ach, ist nicht krass. Na, nimm sie runter. Ich kann nicht. Ich halte dich fest. Aua. Warte, ich nehm dich auf die Schulter. Ja, jetzt. Warte, die kann man von unten boxen. Rechts-Links-Kombination. Guck mal, wie stark ich bin. Cooool. Cooool. Warte, jetzt ich? Ich zieh den Hänger, ob man allein kann. Ja. Nimm schnell. Und los. Hä? Jetzt? Ich hab's. Was für ein Schwächling dachte ich jetzt, aber es geht so noch. Ey, ich hab nur ein Bein. Du weißt, ich bin so fett, ich komm doch dann lieber hoch. Ey, elegant. Ich hab die Tür wieder hinter mir zugemacht. Wirklich, man hat das geschafft. Warte, jetzt. Stopp, nicht so weit. Ich hab die Tür fest. Ähm, ja. Oh, ich komm nicht. Lauf. Lauf, digger Mann. Du bist so süß und knufflig. Ich weiß noch nicht mal, ob man das ist. Und jetzt spring. Spring. Ich hab's geschafft. Ja, 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 ja. Ja, geil, geil. Hopp. Machen wir die Tür auf. Er schielt. Er trifft den Schalter nicht. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt muss einfach näher rangehen. Was? Näher ran. Boah, jetzt. Mit einem Schlag. Quatsch. Ey, lass mich durch. Ich dachte, dass er guckte Tintenfisch durch. Meine Hand hat noch festgeklebt, dass du es gesehen hast. Hilfe. Wie soll ich das schaffen? Ich weiß es nicht. Ich bin mit dem Kopf aufgeschlagen. Jetzt springe ich mit Anlauf hier drauf. Weil eigentlich... Etwas könnte ich dem Wagen noch vorziehen. Ah, ich hab mich mit beiden Händen. Ja. Ja. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Juhu. Juhu. Backflip in your ass. Wart auf mich. Wetter, sag... Ich bin leichtfüßig wie ein Tänzer. Hier ist nichts. Komm mit. Müssen wir da runter? Achso. Ja. Wir müssen da aber weiter. Voll aufgeschlagen. Hoch. Hoch. Hochmischieren. Nee. Warum leg ich immer noch K.O. Hallo? Schnell. Hä? Ah! Wir müssen die Kiste drauf ziehen. Was ist mir irgendwie helfen? Warum bin ich immer noch K.O. Nein. Was machst du da? Ich wollte die Kiste ziehen. Schmeiß die nach oben. Da drauf damit. Sehr gut. Nee, ich hab das Löwen schon drauf. Äh... Da ist ne Kiste. Lass mich die holen. Ah, okay. Wie ist das aus, ne? Ich bin zu. Hä? Ist das ich an der Kiste versäuern oder wann? So. Ich schlafe ein bisschen. Guck mir die an. Ich bin richtig müde, Alter. Au! Aufm Kopf. Voll auf die... Wie du da sitzt. Ich schlafe ein bisschen. So geil. Au! Mein Kopf! Nein, nein! Lass ich es nicht so machen. So wäre mein Kopf okay. Ein Fettsack blockiert die Tür. Lauf ich jetzt nicht? Ja. Ey, ich stelle mich her. Hä? Ich stand gerade auf der Kiste. Was passiert hier? Ja, mach doch mal. Nein, nur einmal. Haha. Ja. Aha. Warte, ich fahr dich hoch. Ja. Ne. Na. Jetzt. Gib Gas! Günter. Schön die Kiste auf den Knopf stellen und ich renne jetzt durch die Tür. Aber vor mir da. Ja. Ja, das habe ich nicht ganz verstanden, wie das funktionieren soll. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Ähhhh. Warte mal. Warte, guck, 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 guck. drück den fahrstuhl nein ach so meinst du das ja aber ich weiß nicht ob man dann zu fett ist so meinst du das ich laufe wie willst du das alleine schaffen das geht doch gar nicht das geht indem ich sie in der mitte habe und dann indem ich sie in der mitte habe und dann tot da brauchst du es noch ein knopf ist egal ich wollte den drücken dass die kiste vergesst ja 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 ah schiebt zeitlich cool nein nein ich bin runtergefallen die kiste steht noch oben ja wenigstens was so krass wahrheit fahr schon mal den fahrstuhl nach unten oh nein er ist eingeschlafen mein typ ist eingeschlafen und macht nein na ey hallo 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 fahr oh ich halte mich fest aber ich komme find ja sieh mich mir runtergefallen ja jetzt bin ich Profi hier voll fettfleck hinterlassen ich stehe wieder der fette steht zuerst Warum? Da stehen kann ich das nicht nennen, aber... Ach ey, das ist Blödsinn. Ich muss ja nicht hier runter. Stehen! Uff! Na gut. Erstmal den ersten Schmiss versäumen. Achso, hier ist die Erklärung, wie du kletterst. Nein! 1, zieh dich hoch. Greif nach! Fass nach! Zieh und top! Das ist so fett. Das ist so fett. Wo lang? Die haben mich weggeführt. Was genommen hab so? Mit dem Video? Ich habe auch eine Ahnung. Ich habe mich schon da. Er ist es In他 zu berühren. Er war es. Liat schlute. Wernherst du dich? Auf einmal! Ich bin der Begelekt! Das ist ein Bumpliest. Das ist ein Bumpliest. Das ist eine Ereignisse. Das sind zwei Bumpliest. Das ist eine kleine Auflaufen, das ist eine Idee. Das sind ein Autorviel. Das ist eine Maßnahme. Und das wäre das Ding. kapiert ja jetzt komm hier wenn du das nicht schaffst kannst du das nicht kapiert dann mache ich aus so jetzt zieh dich hoch mein gott er kapiert ist natürlich was kassette mach an müssen wir da rüber ja wo du bist ja cool hast du kapiert ja ich weiß nicht wohin übrigens also ich habe die maps selber noch nicht durchgeführt so war das jetzt kommt die hände hoch rennen und springen rennen und springen nein es wäre einfach egal gewesen welchen blick zieh dich auch jetzt und ja ich habe sicher du hast nicht viel energie was weiter die sounds hier lauf lauf fetti lauf nicht umdrehen nicht umdrehen und nicht runter gucken ja noch nicht ich bin noch nicht drüben naja aber du hast schon mal kapiert wie es geht ein gewaltsprung vom feinsten blöd dass ich meinen so einen dicken arsch habe warte ich will drauf ich klettere hoch nee du ist schwerer hab's geschafft ach jetzt stürmt vor schnell 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 lauf 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 sprung und arme hoch und zack ja ich hab's drauf ich hab's echt drauf bis jetzt 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 kommen wieder ein gewaltsprung und arme hoch ziehen super unter zeit unter zeit geht's arme hoch sprung hallo hast du zugehalten da drinnen nein ich habe Fernsehen geguckt guck mal ey du hast das so verruiniert ja ich weiß das haus guck mir guck mit Ich schlach alles kaputt. Der Fernseher, komm Papa, hilf mir mal. Der Fernseher, der muss mal kurz hier. Das schmeiß ich jetzt übers Geländer. Wo muss der Fernseher hin? Der muss immer ganz kurz. Wir machen draußen Fernseher, ja. Lebe mal hoch. Ja, und jetzt rüber damit. Aus dem Fernseher. Warte, ich hebe hinten. Okay. Hebe hoch. Oh mein Gott, ich hab meinen Arsch berührt. Du darfst ihn nicht drauflegen. Du hast ihn schon kaputtgekriegt. Mann, mach doch mal hier das Glas weg. Ich hab die Boxen drüber geworfen. Geil. Geil. Du schaffst es. Du schaffst es. Ich weiß nicht, wie ich's machen soll. So, jetzt. So, weg. Tschüss. Die ganze Bude ruiniert. Warte. Der Tisch muss weg. Ey, ich hab kaputt... Oh, ich hab mich am Glas geschnitten. Denkst du auf der Glasscherbe? Ist das weg? So, das Sofa muss auch weg. Was? Kann man nicht kaputt machen hier? Ach so. Letzern. Warte, die Box fliegt jetzt. Guck mich an. Über den Zaun. Und weg damit. Papa guck mich an. Was? Sieh das ins Prozent. Die Kehle durchschneiden rein. Oh! 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 Guck mal! Oh! Guck mal! Das beasts krap OGs auf die Gwise. Der ist ausgeriffen. Papa. Was? Was ist denn eigentlich da unten? Guck mal nach ja. Nein warte, hier ist noch eine Tür. Nein! 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 Warte, ich schmeiß doch schnell ein Kissen ihm da her. Ich bin auf dem Baum gelandet. Guck mal draußen vor der Villa. Da, Kissen. Ja, ich sehe sie. Sie, es war nur eins. Ja, meine ich ja. Ich war übrigens im Urlaub, ja. Bist du wieder da? Wie bist du hier halt? Sag ich nicht. Komm, wir packen die ganzen Kauten. Ja, da fliegt sie. Da fliegt sie. Ich habe sie auch. Ey, ich auch. Ich habe sie auch umschlafen, reingestellt. Laute Nachbarn, ach so. Weil wir die Bude demoliert haben. Und alles runtergeworfen haben. Warte, hier gibt es noch Sofas. Oh, komm. Nimm das Kissen. Drüber damit. Nicht das Kissen, das ist so geil. Ich habe den Abgrund gesehen. Komm. Komm jetzt ab. Wie er so hochmuchtet. Vom Feinsten. Komm. Oh, du hast gezogen. Ja, ich bin da noch etwas unerfahren. Füße Seite. Komm, 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 komm. Ja, ja, ja. Oben drücken, oben drücken. Schieb. Warte, ich hebe ja unten hoch. Ja, ja, fast. Wie hebe ich denn hoch? Ja, nach oben ziehen. So, jetzt. Oh, ich bin nach unten gedrückt. Ja, ich melde mich. Warte, jetzt, jetzt. Arme nach unten. Jetzt schiebe ich es einfach hoch, oder? Ich habe eine Glasscherbe gehabt. Ich bin zweihändig unterwegs. Eine Couch. Und die andere die Glasscherbe. Krass, krasser Typ. Warte, warte, ich gebe mal schnell. Ja, geil. Da fliegt sie. Die Kissen waren hier zu schwer. Du kannst hier irgendwie beim Möbelpacker anfangen, als Budenlehrräume und so. Ja. Da fliegt. Schnell. Meine Kissen. Die Kissen bring ich, die kann ich wenigstens. Für das Sofa bin ich zu blöd. Warte, ich bring den Kinteglastisch. Er ist nämlich schwer. Ich kann ihn nicht bringen. Nein. Ich mache ihn nur mit einer Hand. Er wird immer stärker. Und du wirst immer dicker. Warte, ich fasse hinten an. Ja. Ja. Schieben. Nein. Er ist mit weggegangen. Er flog, Mank, des Tisches in die unendlich Tiefen. Schmeiß das Kissen. Siehst du, dass bei dir vorbeifliegt? Aber ist er ja wieder. Kommt, das Sofa. Nicht mich. Jetzt schmeiß ich nicht rüber. Nein, ich habe ihn losgelassen auszusehen. Sofa. Klar. Warte mal, guck mal hier. Was denn? Gibt noch Glas. Gut. Oh, also sie sehen. Ein Schlag. Jetzt. Mach. Lege Box. Box. Zack. Trasche ich es ein. Probier mal. Ein Schlag, Asphäre. Oh, Mann. Ich hatte Head-Bracking gemacht. Hast du das gesehen? Hm. Jetzt bin ich runter zu dem Zug gefallen. Oh, ich höre hier einen Vulkan, Alter. Oh. Geil. Schieb, schieb, Dicker. Fass nach. Fass nach. Drücken. Ist da die Decke? Blockiert die mich? Wahrscheinlich. So, jetzt. Warte, oder warte. Ja, unten anfassen. Hoch das Ding. Ja. Okay, eine Seite ist drüben. Bisschen nachschieben. Sehr schön. Okay, wir schieben uns jetzt da in die Ecke rein. Na komm, Dicker, noch ein... Nein, nicht runterziehen. Schieben. Geh, na, probier ich's mal so. Anfassen, heben und schieben und drücken. Ja, das ist nun. Und ich hab's. Da fällts. Juhu. So, unsere Arbeit ist getan. Oma. Ey, der Fahrstuhl. Ins Nirvana. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.